Ich folge dir, du hast nichts zu befürchten. Einer zieht sie zurück, sonnerruhig. Ich spielst du immer noch gern mit Untoten. Zu der Außenzeit. Normalerweise hat man keine Special-Dinger. Das ist gut. Aber wir haben hier gerade eh schon wieder noch Stress. Ja, let's go! Oh, das ist denn mit einer Dauern, Alter! 247er, den kann ich nicht verreckt haben. Recht schwer gerade. Aber es ist nur noch einer übrig, glaube ich. Der andere ist abgehauen, oder? Ich kann keinen 47er verrecken lassen. Ich brauche die jetzt alle. Ich denke, wir sind gerade bei der zweiten Welle. Wie wäre es denn passiert? Ja, jetzt kommt die nächste. Ja, nice, man. Komm, komm, wir sind schon hoch. Danke. Krache macht coole Arbeit. Junge, hau mal auf da hinten, Alter. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Stimmt. Ich bin wieder zu hören. ich habe noch zwei chancen ja keine chance gibt und wenn er nicht erzünd worden hätte ich ihn beherrschen können man verlegt die scheiß festung als ob genau das was ich verhindern wollte man so gut gekämpft man ein paar leute noch erobert drei oder vier gewesen mein gott warum ich will doch endlich an der story weitermachen noch nicht vier festungen verteidigen angreifen angreifen was das ich war ja bis gefangen genommen ich rette dich schwacher typ auf seiner festung macht nix 6 level 29 futze alter mega nervig sowas ohne willst ganze festung muss ich jetzt neu einnehmen so was konnte mich richtig an die eine schon ja wieder sechs hauptbänner machen fünf wir sind oder noch irgendwo war es ja wo ist der typ der gefangen ist da mal schnell reise ist doch sechs da hinten versteckt sich noch eine ganz toll super spaßig wieder ganz fest und darf ich wieder einnehmen alles was ich verhindern wollte ja das scheiß fest und warum muss der unbedingt nicht töten unbedingt der weiß der wo mir keine weitere chance gibt dass es sowas überhaupt gibt alter was gibt es an die scheiß skillung wegen drei chancen und sowas lächerlich ist noch zwei chancen übrig denkst du ja gut dann geht ja noch was kann sich auf den fight einlassen die kannst du nicht weil es so ein typ erwischt macht er nicht ins den weg all dann hast keine chance mehr ich teile allein das kostet locker eine weitere folge nur um die ganzen typen da wieder einzunehmen ich würde auch mal gern wieder die story sehen und zwar die richtige story das ist der story mission da ich will die richtige story sehen sehen was passiert muss erst mal meinen typen retten wenn der level 29 ist wenn wir noch mehr leute jetzt der herrscher kommt für mich der tod kommt für die ich möchte hat der türk 3 und 5 längst wird nicht lange dauern dann machen wir mit deinem tod weiter naja halt's mal ich habe schon da so eine hässliche axt kämpft ich habe deine schwecken und mega nerven das mann komme ich nie die volle machen ja klar gegen eis oder hat sie angepasst ich bin jedes mal nicht angreifen mit 4 jedes mal wenn ich angreifen bekommt er so ein kleines special ding indem man mich dann mit seiner axt war sie angreifen wenn ich kurz ein paar pfeile haben ja würde ich jetzt gerne feiner den 52 weg was fallen und da oben wenn würde ich gerne kurz mal auf wieder nur wählen darauf das scheiß monument hoch alter springen 500 mal daneben hätte auch mein gott ist doch nicht so schwer auf den kopf auf den kopf auf den kopf richtig gescheitert zu wählen ein rex weißer sein brauche ich nicht hier ist die sache mit rollox alle denken sie der besser als das gebiet von der führer ich bin bereit damals borde wieder 500 gegner mir gefallen ja vorher gibt es hier nicht vor der rennung voll umsonst man erst mal kurz schnell reise herunter sondern die häuptlinge wegzumachen und die festung wieder anzugreifen vielleicht bringt wenigstens was in der typ ist legendär geworden jetzt die festung hat das können wir mal kurz gucken ne ist er natürlich nicht aber da ist ein legendärer oh was haben die für level bekommen ach du scheiße 40 ist okay aber hier 50 53 54 54 die unteren gehen aber die oberen ach du kacke mein gott scheiße haben die gefolgsleute nein 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 weil die ganze map mir gehört gut wenigstens haben sie keine gefolgsleute macht schon mal leichter die typen alle weg zu holen ich könnte jetzt hier sagen ja du gehst zudem du gehst zu dem hinterhalt zu machen mache ich aber nicht greift einfach an weil das erspare ich euch so was habe ich bekommen stufe 48 mit ein paar marken stufe 15 was gibt das macht wuchs von 45 nach einer schleichtötung stellt nach einer schleichtötung drei elbengeschossen wieder her drei das ist besser meiner meinung nach macht ist zwar geil aber drei elbengeschossen nach einer schleichtötung ich meine wir können schleichtötung ein schleichtötung dann mit den geistern noch mal drei weiter holen das sind zwölf elbengeschossen in seinem bogen passen zwölf elbengeschossen rein ist ja mega krass so macht es haben wir davon noch ein nebo noch mal ein sonst passt hier alles gut hauptmänner hauptmänner weg holen hier kann ich nicht hochklettern sorry habe ich nicht hoch da hinten laufen wir hier mit schatz rum zwei Leute ich kann zwei gucken da haben kies gesagt gerade gar kein fokus das überspringen ja dann werde ich schneller mit welchen fangen wir an eigentlich jux noch mal den ganz kurz was war das mit dem juwel eben im winter damals zwei von haben wir noch ein rotes was so ist ja haben so dann fehlen uns noch mal eins davon dann können wir hiervon das ist nicht das gleiche dann brauchen wir noch mal so ein okay 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 so dann fangen wir jetzt machen wir müssen irgendwann mal so eine richtige juwelentür machen durch die lage und auf die juwele holen um das mal schnell vorhanden kameraden ihren alten herrn behandeln so ich finde was sind wir machen stelle einer mehr von wiedergängern auf und jetzt mal das vom letzten brauchen wir macht da hinten ist eine gruppe bei dem gewählentür darf ich aber nicht schlecht töten das tötet einschleicht die anderen jetzt keine macht nicht mehr das schleicht wird was war das denn jetzt wir laufen noch mal hier rum was war, wo kommt das denn her nein das wollte ich nicht egal ist ein gewehr ja noch nicht so krümmt der spalter das war der legendäre bin tötig da hinten liegt auch noch ein ring warum liegt da hinten ein ring vielleicht eben vom festungskampf kann das sein das beschießt uns hier die ganze zeit das beschießt uns hier die ganze zeit scheren wir müssen auch they money und wir müssen schnell und aber man ich wird heute ein schöner tag für uns beide soll ich dann noch zwei weiter im gegen richtung ja super das war die ganzen typen mal hier loswerden inklusive karagor ja sprunglücker darfst du nicht auch schon ich kann mal ein bisschen höher Wo gefällt mir das? Gehen wir gar kurz weg Wo sind die Pfeile hier? Ich brauche da mal ein bisschen Leben Na danke Jetzt will ich noch ein paar Pfeile Hängen die da? Ja da hängen wir Nice Da trägt man immer schön den Kopf zu träge Danke Oh und Legitara Boom Bitte nichts Doppeltes wäre nice Reaktiviert Feuerspeier Nice So Guck mal gleich mal wegen dem Bogen Ich will erstmal kurz hier raus Aber machen wir das mal ein bisschen klapp Dann können wir das mal abhauen Du bist jetzt tot Warum auf der Mauer wäre direkt noch einer Jetzt aber gerade mal kurz gucken So Nein Bin ich denn jetzt da? Ausrüstung Ah Fähigkeiten habe ich jetzt gedrückt Fuck Auf die Ausrüstung So Wir haben einen Bogen bekommen 49 Den hatten wir noch nicht Perfekt Das ist ein neues Teil in der Sammlung So legendären Sachen Da haben wir jetzt fast die Hälfte Nice Welchen Ring habe ich denn hier drauf? Den hier gell? Haben wir hier eigentlich jetzt nicht Irgendwo noch eine Verbesserung freigeschaltet gehabt? Ja Das ist den Elben geschossen Rekotirion Ork 55 plus Schreckenstamm Maschinenstamm So müssen wir erstmal Level 55 werden Um das zu machen Und 44 Was muss ich hier für tun? Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf Und ein Schreckensschrei Ähm Ja Danke Was soll ich tun? Hinrichtungstötung Töte Feinde Töte Feinde Habt ihr da irgendwo ein bisschen Krog stehen? Wer hat ein Schatz für euch? Das ist irgendwas im Weg Danke Weiß es Ähm Ich kann doch Nein Das war nicht der Nein, ich hab keinen Fokus Deswegen Ich hab ihn mit Jetzt öh Ich hab ihn mit die 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 so ist es so geil ich würde ich ihn oder beherrscht wenn jemand es mag uns zu provozieren er hat immerhin extra ach so Oh, ja, klar. Mega Humbug ist gerade. Vor allem wie viele hier gerade sind. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jo, was ist das denn, Alter? Im sind wir das komplette Leben verloren. Komm dir in einmal her. Weck mit einem Schleich im Griff, mal richtig gut. Schaden. Ich hoffe, du bist nicht im Mund gegen Feuer. Scheint nicht so. Hallo? Danke. Ich bin wohl angestrengt, mich auszulocken. So viel harte Arbeit, nur um jetzt zu sterben. Nicht wirklich. So, du dienst mir. 45, du hast Ängste, du bist gut. 49 bis jetzt. Sehr schön. Hinrichtungstilung haben wir auch gemacht. Ein paar Münzen. So. Ich weiß, wir laufen gerade noch ein paar mit Chats rum, aber... Wir machen nur... Oh, da hinten liegt ein rotes Jogh. Und zwar 1 mit Stufe, was weiß ich was. Sag's nicht deinen Freunden, die wollen bestimmt auch. Ach, das ist ein Wurm. Scheiße. Wollte ich ja dann mal nicht. Ich weiß ja über alle Bescheid. Können wir die Todesdrohung aussprechen? Nee. Null. Ich hoffe, dass ich es gut schmecke. Nee. Nicht der Typ, der eher nicht so gut schmeckt. So, Charakter. Fähigkeitsmutter haben wir noch nicht. Das dauert noch eine Weile. Das Leveln dauert jetzt ewig, vor allem, weil wir keine richtigen Missionen mehr haben. Ich glaube, den kann ich jetzt mal kurz rausnehmen. Ja, kann ich. Ja, dann können wir hier eine Verbesserung einsetzen. Sehr gut. Haben wir hier von... Nein, haben wir noch nicht. Fehlt uns noch ein roter. Ja, okay. Let's go. Nächster. Next, please. Ist das ein Level 50er? Weiß ich es nicht. Mal gucken. Rauchvergiften, das geht schnell. Nice. Das geht sehr schnell. Da gibt es hier in der Mitte so einen Punkt, wo schon mal vier Fässer ganz aneinander sind. Oder da auf Quadratmeter mit Schatz rum. Hätte ich gleich gerne noch. So, ähm. Was ist das denn? Was ist das denn da? Was ist eigentlich dahinten? Stimmt, das kann ich ja auch ohne Falle feilen. Jetzt aktivieren. Das habe ich ja geskillt. Ich will hier mega viel Terror machen. Und ich kann nicht aktivieren. Ähm, ja. Die Typen sterben da unten sogar. Die Schatz hatten. Münzen. Was hat der andere noch dabei? Oh, okay. Da müssen wir zwei Töten. Den laufen auch nochmal zwei herum. Drakon, der ist schutzig. Giftig. Den Drop eines Orks zu vergiften ist abscheulich. Doch im Vergleich zu dem, was ich dir antue, ist es nichts. Ich glaube, der hat sich auch gewohnt. Hau! 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 Danke! Dann müssen wir nach oben. München, ja. Ja. Ich habe eine lange Zeit nach dir gesucht. Meine Haut, sie wächst und dehnt sich. Sie schwillt und zuckt. Nichts kann sie stammen. Ganz kurz. Jetzt will ich gerade mal kurz gucken. Das ist der Typ, der uns letztes Mal getötet hat. Ein Balsam für mein Leiden. Was ich sagen will. Ich bin der Verseuchte und du die Heilung. Ähm. Ist das der Typ, der uns letztes Mal getötet hat? Feuerfest best im Thema. Erzürnt durch Flüche. Weiterklassen. Gauner, Rauchbomber, Schreckenskette, Frontkrieger. Vergiftete Waffe, ja. Furcht vor Gift. Der hat Furcht vor Gift? Erzschaden durch Fernkampf, Hinrichtung, Steichangriffe. Okay, das ist gut. Aber wenn das der Typ wäre, der uns letztes Mal... ...nämlich direkt getötet hat, dann müssen wir dann diesen Mann wirklich auch machen. ...de ... ... ... Vielen Dank.